Mein Name ist Hannelore Grutzler. Ich bin die Schlammeisterin. Sie legen Wert auf Möbel mit Ausstrahlung. Ihr Wohlbefinden hat in Ihrem Leben einen hohen Stellenwert. Meine Produkte stehen für Gesundheit und Natürlichkeit. Daher finden Sie bei mir das Zirbenholz. Zirbenholz im Schlafraum beruhigt einschlafen, energiegeladen aufstehen. Zirbe, das besondere Naturmaterial für Ihre Kinder. Es fördert die Lernfähigkeit unentspannt. Tischlermeisterin zu sein, heißt für mich, etwas Beständiges, etwas Dauerhaftes zu schaffen. Es ist für mich mehr als bloß ein Möbelstück herzustellen. Holz ist Wohlbefinden. Holz ist Lebensbegleiter. Holz ist meine Leidenschaft. Ihre Wohnträume sind mein Auftrag. Hannelore Grutzler, Ihre Tischlermeisterin. Lassen Sie sich mehr Lebensfreude einrichten.